Hallo und herzlich willkommen zum 2000 Abonnenten Special. Viel Spaß beim folgenden Special, präsentiert von Vasito. Boah, na endlich, ich hab schon ganze Zeit auf dieses Special gewartet. Dann immer wieder das und das, dann hast du das versprochen und das versprochen. Halt doch einfach mal deine Fresse. Hallo Vasito. Ich möchte gerne was mit dir bereden. Unter vier Augen. Kommt zum Airport in der Wüste. Gruß alle neue Personen. Wie ich sehe, hast du meine Nachricht bekommen. Wow, 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 warte mal. Ich hab einen Vorschlag für dich. Ich möchte nicht kämpfen. Was möchtest du dann? Und wie zum Teufel kannst du mir eine Nachricht schreiben? Ich möchte handeln. Und, ähm, keine Ahnung, das ist ein Spiel hier. Ist alles möglich, also... Ich weiß, hört sich bescheuert an, aber ich hab einen netten kleinen Deal für dich. Wenn du mich in deinen Mythen-Videos in Ruhe lässt und mir all dein Hab und Gut gibst, verschone ich dich und deine Familie. Ghost Planet. Schönes, nettes Angebot, aber... Nein! Ich geb dir keinen Cent von mir und meiner Gebiete in Los Santos erst recht nicht. Ich beschütze meine Familie und meine Freunde, egal wie schwer es auch sein wird. Du hast keine Chance. Du hast meinen Plan fast durchschaut. In all deinen Videos, in all den Orten, wo du warst. Der einzige Grund, warum ich dich verfolge, ist, dass ich deine Schwachstellen, deine Stärke, deine Geschwindigkeiten, alles andere rausfinden möchte, um dich endlich aus meiner Welt zu entfernen. Also, das ist es, was du möchtest. Ich hatte doch die ganze Zeit recht. Du führst nur Böses im Schild. Ich wusste es die ganze Zeit. Du hast keine Chance. Werden wir schon sehen. Verdammt! Los, ausschwärmen, Leute! Cars. Re Mist. Geht es wieder. happens. Ich hab das bourge gemacht. 고ma sieht. Geht es dich. Die Welt ist skinsch. Schalthand. Geht es Farm, alleine! Tschüss, dudes! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.